Was ist denn da vorne los? Was? Das Deckenlauch hängt durch. Dann hat der Johnny wieder gescheit durchs Bruchbein aufhängen. Das kann er noch nicht, bevor wir weitergehen. Johnny, wo bist du? Bist du nicht hinter, Johnny? Ah, ich muss ihn noch holen geben. Johnny! Johnny, wo bist du? Ja, dann hängt was runter von der Decken. Nehmen wir Lorten wieder und riechen es noch, bevor wir weitergehen. Ich schau nicht ehrlich aus. Was ist denn schon wieder? Schau mal auf. Ach, Gehleck. Ach, genau. Aber die Lorten da ist schon, wenn du auch dafür hinkommst. Ich probier mal nicht. Ach, Gehleck. Ich weiß auch nicht, ob sie zuerst die Bitte ist. Nein. Was du do? Was du do? Was du do? Ich hab's wohl cool, aber eigentlich wenigstens was man losmacht. Ich hab's ja wurscht, ob das hinlässt. Herr Bluschen, kommt zum anderen rein! Hey, Herr Bluschen! Kommt zum anderen rein! Hallo! Hey, Herr Bluschen! Hey, Herr Kanzler! Hey, Herr Kanzler! Hey, Herr Kanzler! Applaus Applaus Wie ist die Oper von hier? Wie ist die Oper von hier? Oh, krass! Applaus Applaus Arme, wo ist der Hinschleber? Ja, wo ist der Hinschleber? Okay, Pala? Applaus 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 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vielen Dank.